Schalte erst die Feinde aus. Das ist... Lass mich in... Ist das doch ehrlich? Das muss ich mit dem Scharfschütz nicht genau arbeiten. Das geht nicht. Alter. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Container öffnen. Alter, das war Leute. Das war gerade nicht sehr spaßig, was wir daran sahen. Da, Gott sei Dank. Das sind Baukastenspielen hier, oder was? So sah das Ganze hier gerade aus. FBC. Okay. Nicht schlecht. Das wirft sicherlich Fragen auf, die wir vielleicht noch gestellt bekommen. Mal sehen, mal sehen, was uns da offen bleibt. Dieses Ding muss so weit wie möglich fliegen. Alles bereit. Lieber spät als nicht. Quint, wir sind bereit. Okay. Die Pilotenfernsteuerung ist im Kielraum. Daher auch Fern geht übers Nebendeck zum Kielraum. Das hättest du auch früher sagen können, ne? Na super. Du wunderst dich, warum ich Regia Solis aktiviert habe. Ich will das Nebendeck jetzt noch die Fernsteuerung holen. Ist es nicht etwas früh, den Zorn Gottes loszulassen? Satellitenzielsystem. Freigabe-Code eingeben. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung... Okay. Sorry Gott. Ähm. Nicht gemerkt, oder? Wir haben keine Zeit für Monster. Ehrlich, keine Zeit. Finde ich da hinten auch nicht. Was hältst du das aus, oder was? Drei Minuten, ey. Drei Minuten, ey. Das können sie ja nicht nochmal machen. Komm, laden nach. Das ist nicht gut. Drei Minuten noch. Nur noch dieses Gewinn, oder was? Achtung, Bada-Boom. Ja, du bist ja aber schuld. Dass es dich wegehaut. Komm, geh auf. Komm, 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 komm. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Nein, die Zeit ist um. Ist das noch so weit und zwei Minuten 18, ey? Schaffbar oder nicht schaffbar? Sie ist fast um. Geh auf. Wie weit geht denn dieser Fahrschuh hier? Es ist ja wieder dramatisch hier, ey. Ähm. War, ist die, die lebt noch? Das kann aber auch nicht sein, irgendwie. Alter. Ja, wir laufen jetzt hier. Das ist ehrlich. Scheiße. Äh, ich habe kaum noch Zeit. Oh Gott, haut mir die gleich wieder ins Gesicht. Dein muss rein, Alter. Wir ignorieren die jetzt. Wir haben wirklich keine Zeit mit ihr zu spielen. Das ist ja hier wie. Na, schnell. Oh, ich sehe sie schon wieder. Oh, nein. Hätte ich keine Zeit dafür. Alter, zwei Sekunden. Nein. Ah. Nein. Oh, bitte. Das war jetzt. Also, keine Spielchen eigentlich runterstürmen. Was geht? Zwei Minuten Zeit. Kontrollraum aufsuchen. Da unten hin. Jetzt einmal schnell den hier. Sie einmal. Ja, keine Zeit. Ja, keine Zeit. Ja, dabei. Echsen kann ich leider nicht. Ja. Lass mich doch. Wie bin ich denn da vorhin? Ich bin hier. Lass mich in Ruhe, Mann. Nicht im Ernst. Lass mich hier einfach nur irgendwie durch. Alter. Jetzt haben wir keine Waffe mehr, ey. Alter Verwalter, Leute. So, und was macht die Drohne jetzt? Ah, sie streut jetzt. Satellit. Feuert. Jetzt macht er sich bereit. Oder was? Boah, die Welle. Das war gerade eine kleine Welle. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt wieder rausschwimmen nochmal, oder was? Hier weiter. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Gute Genauigkeit haben wir. 87 Prozent. Das war schon schön. Sonst geht's doch weiter jetzt. Es geht nicht gerade um meine Waffe, aber lassen wir das Ganze machen. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Ein weiterer Rückblick. Du hast dich kein bisschen verändert. Die Zeit ist gekommen, LeBron. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Als würden mich meine schlimmsten Feinde heimsuchen. Überlasst dem Himmel Gerechtigkeit zu leben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der App. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppe. Okay. Schon nicht ohne. Alles oder nichts. Ei, ei, ei. Eine sofortige Eindämmung ist unumgänglich. Zu viel steht hier auf dem Spiel. Du bist verblendet. Ein hoffnungsloser Humanist. Es ist vorbei, Direktor O'Brien. Wie wäre es, wenn du mal zum Punkt kommst, Morgan? Du spielst wieder mit dem Feuer. Aber dieses Mal wirst du dir die Finger verbrücken. Untätigkeit wird die Situation nur noch verschlimmern. Denk nach, Direktor. Oder du wirst es bereuen. Ah ja, du machst es dir wieder verdammt einfach, Morgan. Aber sobald wir die Wahrheit kennen, werden wir nicht erstellen, dass ich deine Fehler nie mehr wiederhole. Parker! Ja, Zeit zu verschwinden. Bitte jetzt nicht wieder irgendwelche Monster. Was heißt das jetzt? W für Schwimmen. Ja, das... Mir mit Sicherheit, klar. Wie kriegen wir so eine Tür auf? Eigentlich unter dem ganzen Druck hier nicht. Woh...